Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Der war total cool, Paulus, den durfte ich die ersten Male reiten und das hat sich dann echt über Jahre aufgebaut, dass das wirklich so meine ersten Turnierstarts-Fürzügeklasse-Reiterwettbewerb waren, wo ich echt richtig viel gelernt habe, mit dem konnte ich springen, alles machen, der war super. Und dann ging es weiter, dann sind wir hierher gezogen und hier stand damals das Pony Jenny, das gehörte Familie Vielbruck und die durfte ich dann einmal die Woche reiten, dann als wir hier wohnten, dann jeden Tag. Die war schon ein bisschen älter, aber die hat mich dann an die ersten Reiterwettbewerbe E-Dressuren herangeführt, bis dann das erste Springpony da war zu Weihnachten, mit dem ich erst nicht so gerne springen wollte, aber das dann doch ging. Dann gab es noch zwei Dressurponys, das eine Dynamit, der war auch wie Dynamit, da konnte ich die ersten A-L-Dressuren und auch deutsche Meisterschaften, Landesmeisterschaften mit reiten, der war sehr, sehr schwierig. Der hat mir aber auch einiges beigebracht, weil der selber sehr jung war, weil er hat sich häufig auch echt benommen, als hätte er Dynamit irgendwo dabei. Also das war, so ging das. Und dann irgendwann begann der Umstieg aufs Großpferd, da habe ich auch zwei Pferde von Familie Vielbruck zur Verfügung gestellt bekommen, die beide schon Europameisterschaft gegangen waren mit Dirk und Jan. Das war zum einen Direkteur und dann als Zweiten noch Willi Sekid, mit denen konnte ich auch bis zur deutschen Meisterschaft alles reiten. Und die sind danach dann in Rente gegangen und dann kam Carlo Calucci, mit dem ich dann die Junioren- und Jungereiter-Tour geritten bin. Ja, mit dem bin ich auch deutsche Meisterschaft, Landesmeisterschaft geritten, war mit dem Ersatz zur Europameisterschaft damals und dann gab es vor drei Jahren Disney. Der jetzt noch da ist. Immer. Also es war immer jemand da. Es war immer ein Pferd. Also wir waren ja auch zusammen. Es war ein Pony und Großpferd, dass ich beides geritten bin, dass ich Spring und Dressur geritten bin. Also es gab nie eine Zeit ohne. Es gab auch eine Zeit ohne Dressur, dann gab es nur Spring. So verlief das. Also ich bin nie irgendwie losgefahren oder habe gesagt, so jetzt gehen wir mal ein Pferd kaufen oder fahren jetzt mal hin und gucken uns Pferde an. Es war immer, es war immer einer da. Also ich hatte immer, das ist auch ein großes Glück gewesen, dass ich immer ein Pferd hatte oder mir ein Pferd zur Verfügung gestellt wurde und die auch wirklich gepasst habe, mit denen ich wirklich das machen konnte und das reiten konnte, was ich dann tatsächlich auch wollte und dann auch erreicht habe. Ja, das war großes Glück. Also ich sage immer, Disney ist mein bester Freund. Dem kann ich alles erzählen. Der hört mir zu und die geben mir auch Kraft. Also die sind eigentlich immer gut drauf. Die haben nie einen Tag, wo sie schlecht drauf sind und dich nicht angucken und sagen so, heute will ich nicht. Die sind immer gut drauf. Die freuen sich. Und die geben dir was zurück. Die geben dir Vertrauen zurück. Die geben dir Freude zurück. Und es macht einfach Spaß, mit denen zu arbeiten und auch Ziele mit denen zu erreichen, dass du wirklich auf was hinarbeitest und das auch schaffen kannst. So, jetzt habe ich euch etwas erzählt darüber, wie alles bei mir anfing. Und beim nächsten Mal erzähle ich euch etwas über mein Team.